... zu großes oder zu schweres Handgelenk mitführen. Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit. Familien mit kleinen Kindern sowie Flugwestern, die beim Einsteigen benötigen, bitten wir ebenfalls sich bei uns zu welchen. Information for passengers on the transfer flight 2369 to Munich, for your own safety and comfort of your own small piece of handling, Stadtmaximum, 80 Kilograms is allowed in the morning.